Hin, finden ihn, finden die Fireflies. Hast du dabei, ne? Klingt nach einem guten Plan. Ja, die Sache ist jetzt nur... Wo geht's da weiter, da? Weil da geht's ja mal definitiv nicht weiter. Wo sind denn dann die Hunde überhaupt hingelaufen? Jetzt wird gerade alles mysteriös. Darauf musst du sicher. Da hinten muss ich drüber, ja. Irgendwie, werden wir ja schon sehen. So schwer kann es ja nicht sein. Da war ich eh schon. Papi machen. Oh, fang. Scheiß Schafschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein. Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Nein. Ich stehe jetzt auf und laufe mitten rüber. WTF? Da bin ich. Das kann jetzt aber nicht sein. Das war, ich war noch in der Ladesequenz. Oder war das selbst absichtlich? Schieß noch einmal, komm. Ah, jetzt kann er für einmal nachladen. Weißt du, wie schnell. Okay, so wann steht er noch? Ein Schnappherr. Ein unfairer Schnapper. Vielleicht hilft es ja. Ja, komm her. Komm her, das war nicht vor mir. Das war nicht so, wie ich vor mir leid hatte. Das unfair ist, dass da jetzt auch Gegner waren. Und ich schaue extra. Verwende da meinen Ultra-Radar-Sinn. Stab dir, Junge. Stab dir hier zu suchen. Stab dir, Junge. Ta-da-ta-ta-ta! 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 Der ist ein Abloch! Geh drüber! Oh, das war! Du hast immer nur eine halbe Sekunde zum Reagieren Zeit. Die können alle instant reagieren. Was? Ja, immer wenn ich Leute die Luft spreche, kommt das Lied, ich weiß auch nicht warum. Wo sind sie? Da oben ist der Snapper. Okay, jetzt sind sie unten. Na, lauft hin. Da ist nur ein Scharfschützengewehr. Ja, schau. Ich sehe euch. Das Problem ist, ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Ich werde die Gesundheit erhöhen. Vielleicht heilt mich das gratis. Ja, ich habe es gewusst. Danke. Okay. Jetzt bin ich einmal von den Idioten da sicher. Ich werde jetzt mal auf Scheißhaus gehen. Ja. Jetzt ist da wieder nichts. Jetzt ist das Verspottung. Ja. 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 Na los Leute. Ah, der wollte gerade rupfen. Unten? Rechts? Rechts? Da? Nein, ich habe gerade etwas Schlimmeres gesehen. Ist da noch wer? Da ist der Schlüssel. die sind alle ich hasse shooter spiele und shooter einlagen hasse ich genauso ich glaube der gehört zu dir der panzer gehört zu mir der unsere ich weiß es nicht na schon haben wir es wenigstens geschaut scheiße das war heftig alles okay sam ja bin okay danke joel bitte reicht jetzt weg sie mal da okay geschafft wir müssen weg okay sam henry alles okay jetzt gut sicher ja alles gut jetzt muss ich rein summen weil ich den falschen kopf drücke ich lebe ich glaube Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Hey. Ja. 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 Je... Ja. Vielen Dank.